Leute und herzlich willkommen von vorher schon ein video auf meinem kanal habe ich noch das auto gegend es ist heftig aus ein bisschen testen ganz kurz machen gewusst seid ihr bereit gut erst mal wie schnell ist also schnell ist stabilität perfekt sehr schön betrifft so heute sind wir sogar allein 2 muss zeigen was sie mir jetzt auch noch neu gekauft habe die jacht wisst ihr ja schon stimmt ne die jacht wisst ihr noch gar nicht stimmt ja wenn die jachtgegend normal wisst ihr den kann der kloster ja hier käme vielleicht vor schon mal Danke. So, jetzt bin ich gleich da. Oups. Das sind wir gleich da. Leider Gottes konnte ich leider jetzt in zwölf Stunden Lastruhen nicht mehr machen, weil ich sitze auch gerade hier bei meiner Oma. Ich kann gerade gerade hier Lastruhen, weil das Internet ist gerade ein bisschen broken. Oh no, my table is broken. So. Stimmt, wir haben auch neue Outfits, jetzt wisst ihr so viel jetzt nicht. Also auf jeden Fall erst mal ein AP 1, dann ist AP 2, ist AP 3, ist AP 4, zum Bauten machen und das zum Schwimmen. Jetzt nehmen wir das an und ja. Ich habe die beste Yacht in der Loch gekauft für 900... 9.750.000. Ich lacht da auch schon zu schön. Da haben wir ein Boot, dann haben wir vier Chitskis und dann haben wir da nur so ein Motorboot oder Schlauchboot oder wie man es halt nicht mag. Dann haben wir aber der feiligen Feuerwehr. So, dann haben wir hier einen kleinen, aber auf einem Pool. Gehen wir hier rauf. Ups. Ah! Plus Schlafzimmer. Oh mein Gott, ich habe gewusst, dass es uns geht. Weitere Einstellungen. Ja, ich muss ganz kurz was tun. Ah, ja. Wir sollen jetzt mal was wieder gehen. Dann haben wir hier auch halt ganz basic part. Ah! Hallo! Geht raus. Das haben wir zwei Gästezimmer. Jetzt gehen wir zu meinem Zimmer. Das hier ist mein Zimmer. Mit dem größten Bad, mit einer Dusche, mit sogar einer Badewanne und Schminkkopf und so. Sehr nice. Hier haben wir dann auch eine Bar. Mademoiselle. Mademoiselle. Jaja Jaja Äh, ist's eigentlich schon? Ups. Falsche Taste. Mal gucke, wieviel viel Geld wir oben haben. Bisss hier was so, wat? But über 13.000 ich okay würde es mal sagen ich okay geht einfach hinsetzen will jetzt mit meinen helikopter fliegen die bitte bescheuert es ist darauf glückseid mit fliegen darauf ich komme dann auch mal ein champagner oh mein gott da war ich mich rotz da muss da sowas passieren das geht nicht das geht gar nicht rauchen du ein bisschen so da passt die schritte der kurz der kurz bitte warten sie kurz ist dann soll doch so hat nicht gut geschlafen doch tut man nicht Oh no, my table, it's broken. Juicy. Hab ich einen falschen Drucker rein? Ich habe einen falschen Drucker gekauft. Natürlich hätte ich auch was anderes kaufen können. Und zwar, ich hätte Kokain kaufen können. Was hätte ich noch auskaufen können? Gras? Sieht da nur laut. Kokain? Ah, was tue ich? Danke. Ja. Machst du gut das ganze Geld da hinein? Gut. Du zählst das alles. Zähl es! Wie viel Geld ist das? Tausend? Du kriegst mir ganz kurz eine öffentliche Sitzung bei, dass wir das noch verkaufen können. Verkaufen. Wetter. Das ist so... Das ist so... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Haha. Ich hab den Hofboden in der Hand, fahre damit rum, die fahre ich ganz schnell eigentlich, aber heute mal nicht. Dann mach ich das halt einfach so, mach ich so zack. Fuck off! Fuck off! Oh. Oh. Oh, die 200 Euro aber wert. Oder 400 Euro. Dollar. Alter. Jetzt müssen wir es richtig abhauen. Was? Was? Es muss ganz gut. Es muss der auch noch unten liegen. Ich muss das eigentlich auf mein Auto anlaufen. drauf hallo ich will dass das auf mein Auto drauf ist das Auto genau genauso nicht anders ich könnte doch was haben sie denn tun Tschüssi schick ihn in die Richtung richtig abwehhaft Arschloch haben sie das Brot für mich? 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 alle Werte in der Brot für mich? wir haben sie das Brot für mich? hat sie mich aber nicht denkt für Gold haben wir die Tränen dann 5.000 locker hoffentlich 5.4 zwar besser 30 schocken 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 Jetzt fahrt ihr in der Barschen. Oops. Ah, schau, ob es darauf reagiert. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh gar nichts hat das spiel verlassen wort es haben aber fünf leid was soll denn da muss jetzt ein bohrer einladen spieler krepp für krepp für soviel abgete ich lebe bei krepp krepp in der g-klasse die 6e hier da wie man der alt kohle mit dort kohle die sagen dass irgendwie auf deutsch und schon dass die deutsch reden das war viel geiler vor aber die folie die unten wieder vorbei viel spaß damit das sind wir die vierte tolle also die zwei tolle immer wieder weit schock ist drüber springen wir versuchen es Aaaaaaaaaaah wieso bin ich gerade nicht da rein eigentlich wo ist denn wenn ich rausgehe so sei jetzt nachher nicht zu mir ich komme mich von mir raus ich habe Bock mehr diese Aaaaaah Da kommt sicher gleich irgendwo so eine Panzer zur Seite ein und sagt so kuckuck Kuckuck du kleiner Keg Es freut mich dass du den ganzen Tag noch freie Zeit hast Meine Oma ist gerade in Gefahr Ich bin die Oma Nein Das wurde beschlagnahmt Ganz ehrlich Du mach jetzt aber was mit denen Schau Du mach jetzt so Dann mach ich so Dann mach ich so genug so Und dann ruf ich Lester an Lester Schwester Hey Hey Das ist doch noch Dann komm komm ich her Hommer dann erst noch nicht G Revolution Archon Das ist mein Auto Aaaaaaa ich wollte es auch da haben dann nimm ich das ich will das das ist ein Cabrio ich wollte immer nehmen Cabrio 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 das kann jetzt mehr das Cabrio ganz allein das ist jetzt mehr das kann ich nicht scheiße ich glaube das kann ich immer die Gestelle was ich mir kaufen welche Agentur die kostet ja wie ich sie aufgemutzt habe 3,5 Millionen ist da schon ein Garage dabei ich wollte alles gut nicht mitnehmen ich wusste ich mochte gerne immer ich mochte gerne immer ich mochte gerne immer ich mochte gerne immer ich mochte ich will das Auto haben Die Polizei ist irgendwie unrufen. Ich rufe jetzt den Kapitän, oder? Oh, der holt mich jetzt ab! Nett! Ich habe mir eine 1000 Dollar gekostet. Wo ist er denn? Jetzt nicht der Ernst, oder? Ich habe mir gedacht, ich werde auch geholt. So eine... Es... Scheiße. Gutten, doch der Herrn! Ekel! Ach, mal wieder Lästern! Ich habe mir 50 Runden überlebt. Ich habe mir schon noch 50 Runden überlebt. Ich habe mir keine Zeit! Hati... Kaboom! 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 K�ik! Hallo, Evl! Hi, this isn't purely a social call! Of course not! You're in trouble and you need my help. No problem. Ich will es auch hier schauen. das geht noch stimmt wirklich die worte es mit evo es mit schweiz schon so viel schlimmer aus hier wird es immer so fahre kann immer vor zu gehen noch die herrte stück wurde das luka ist das luke meint launch neder der lost der lost die schnitt immer launch sondern dort rennen schreibt dieses fahrzeuge über acht zentren aber der faktor schwarze hin und super damit sie werden nix besagt die ecken vor der matraten stund braucht bis jetzt mal nach oben kann man sagen sexy als zweifelstund ok na krim so um die halbe stunde ok k k k boah schlitz los wir sagen mal angeblich ist los jetzt sagen wir alle was ist denn da los ist doch passiert ich finde so fanny 8000 und jetzt wieder in der bar dabei wir müssen aber an sofort mechaniker holen Yalloh? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Oh, was that much to believe? Hey, once we're done with the server maintenance, me and the guys are gonna head upstairs and... Okay, yeah, we'll just stay here. Hey. Just stay. Bye. Say hi to the outside world for me. . . . . . . . . . um sich an Techniker zu leisten. Trotz Frauen in Orsatz tausend. Trotz Frauen in Orsatz tausend. Was machen wir jetzt? Holen wir jetzt die VIPs ab. Oh mein Gott, ich hole jetzt schon wieder die VIPs ab. Die Golf Club! Cool. Da wollte ich immer schon hinfahren. Die Golf Club! Seid eh leider zu dritt. Was sollt ihr zwei gegen mich umstellen? Und sie hat 45 und auch der 50. Und ich bin Level 105. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 8. 6. 11. 12. 12. 12. So, jetzt sind wir gleich überrascht und den müssen wir ins Wort noch reinholen. So, das Zoom wird heute bis 11 Uhr sein. So, jetzt sind wir auf der Unterbohlenbeleuchtung. Nice. Golfklub von Los Santos, ja, aber anders gibt es ja keinen Golfklub. Der Fischer-Lidio. Aus dem von Grastenburg-Hotel, oh mein Gott, Grastenburg. Grastenburg-Hotel, Grastenburg-Hotel, Grastenburg-Hotel. Grastenburg-Hotel. Gratulendemann Ja, tiefloben! Ich hab den auch schon oft gehabt, übrigens den hab ich auch dazu bei der Hochzeit gehabt, weil er mir einmal gleich stimmt, wo er mir nachher karten will, nachher bei AP. Stimmt auch, stimmt auch, stimmt auch, ich hab mir auch die Limmu gehabt, gell? Geil. Das wäre die Menügala. Wo ist denn das Hotel, bitte? Der fährt den schon zu dem Hotel. Haben die zuerst den anholen können? Oder sie und dann erst der, der gerade im Auto drinnen sitzt? Wer ist aber er? Man weiß es ja nie. Das soll ein Hotel sein. Ja, ist ein Hotel. Schau krass, du Hotel. Wie soll's? Steigen Sie an! Schau. Geil. So, wieder zurück gehen. Zum Nachtclub. So, und lass den Streit beginnen. Heißt Kropfen oder Berliner? Kropfen. Krapfen. Wer es anders versteht, dann gehe ich. Mit Alamiter oder ohne Butter? Ohne. Die Händen müssen sich auch denken. Oh mein Gott, wie fährt er einsam? Oh mein Gott, wie fährt er sich an, denke ich an. Er ist ein bisschen ein alter. Er ist wie ein Führtwerb. Niaaaaaaau Niaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tagsabell, ich bin an ein Büro gelegt Summe Interesse 5000 Dollar Komm Vorschwole beliebt hat Lufbeir Versauffung Krüter Schuttdorunzen Schott Vekuldentonzen Krim Weil es einfach gut ich gehst zum Tietzschel hoch noch einer von den VIPs Gott und doch Gott und doch ich will unbedingt ich will diesen Techniker kaufen ich bin aber so interessiert wie viel gekostet so ich 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 mich ich mich ich 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 Wollen wir da rüber als erstes, dann fahren wir da hin, dann fahren wir da hin und dann fahren wir da hin, passt. Guter Plan. So, da geh ich morgen mit Swarovski, Swarovski, so. Das muss man auch mal sogar noch was fragen. Ach du meine Güte. So, da geht's. 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 Sehr schickes Auto. Ach, das Auto ist hier kaputt. Ich will die Scheiben kaputt machen, ich will immer noch immer mit dem Maischen. Ach, ihr seid an der Stopp. Ach, ihr seid an, ihr seid an, ihr seid an. Tut dann doch irgendwie wie ein so gut, ihr seid an, ihr seid an, ihr seid an, ihr seid an. Ach, ihr seid an, ihr seid an, ihr seid an. Ach, ihr seid an, ihr seid an, ihr seid an, ihr seid an. Das war's. Guck mit dem Fahrzeug, dann lach ein, durch die Lacher fahren. Scheiße. Sind noch zum letzten. So, jetzt das letzte Mal. Der hat ja auch voll vergessen, dass er lach leistet. Geil. So. Dankeschön, dass du mich direkt aufmach. So schöner Bahn. So. 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 10.000 nur? 8 3 Kredi hat er doch wohl den Tietan schon in der Welt 7 auch der so lange 3 verkauf auf die Güter Krim 10 K Und 10k Da müssen wir weit fahren Das ist genau die Wir müssen uns zuschauen Wenn wir momentan Wir wollen bald Wir wollen Wir wollen Auch Wir wollen Wir wollen Wir wollen So. Ach, meine Güte, was mag ich? Wir facken kurz vorhören die Musik ab. Hörst die Musik. So, ich hab schon zufrieden, Lobby. Stil. Das ist schon kein Stück. Sollen wir das mal kaufen? Was haben wir jetzt? Und jetzt? Okay. Hey! Oh, la, 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 la. Du-duh-duh-duh-duh-duh. ... Ach so, ich glaube das Geister... ...orgies... ...Or... ...Organisation ist, dass man nachher kein Signal auswirft. Aber das bringt sich ja nix in so ein Lobby... ...wo keine Sauverspringen ist... ...bringt sich ja nix... ...nix... 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 ...das bringt sich nichts... ... ...ich weiß überhaupt... ...wieso... ...für 10.000 Dollar... ...so weit... ... den Weg zu fahren... ...Egal... ...10.000... ...krieg mir keine Idee... ...10.000... ...soll es sich mal auch nur falsch... ...geld... ...Egal... ... 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 ich habe schon den Tügel gesehen, wo ich hinfahren muss ja moin ich will mir weiter umschauen, das hat immer ein 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 Ganz kurz, sie sollen da nur hinführen, dann muss sie. E-Schuh ausschalten. Dann noch der Luca, noch in der Bauty. Hä, wieso ich jetzt in meiner Bauty? Wie checkst du das? Der Luca, das ist für mich für einen großen Bauch. Sondern BS5-Livebetruggen. So Leute, das war's auch schon heute mit dem Livestream. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Flankt auf jeden Fall Lackbutton, Abobutton, keine Leiterin da ist, den mehr zu verpassen. Dann würdet ihr sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020